Was geht ab, meine lieben Freunde? Na ihr hier und herzlich willkommen zum 19. Call of Duty Black Ops 3 Online Let's Play Ja, meine lieben Freunde, wir haben gerade eine schöne, frische Runde gefunden hier auf der Map Skyjack, zocken wir mal hier schön Abschlussbestätigende Runde, komm, jetzt muss man ein bisschen mehr mit Taktik vorgehen, Alter Okay, da wurde einer von unserem Team gekillt, oh jo, oh jo Der ist da richtig, okay, die sind jetzt hier gerade richtig am Überrennen mit Pumpkanon und so, die sind in ihrem Film Okay, holen wir die mal wieder zurück, die sind da richtig im Blockbuster, Alter, den Oscar bekommt ihr trotzdem nicht ihr Pisser, so, weiter, weiter, da oben, guck mal Headgletscher, Headgletscher des Grauens, Alter Ey, solche Leute, ne Ja, man, aufgestiegen, Level 22 Glückwunsch, Dircim, das ist wieder der Account von Dircim und Cendrim, schöne Grüße an die zwei Komm, wir brauchen hier mal eine Dronne Eieieiei Ach du Scheiße, Mann Wir müssen ja, guck mal, ein bisschen chillen, Leute, ein bisschen chillen kurz, bis unser Leben sich ein bisschen auflädt, da hinten sind wieder welche hier, da oben Oder wo ist der, da, 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 hä, wo ist der Achso, der war gerade hier im Raum drin, da Achso, hat er den getötet, perfekt Der hat mir das Leben gerettet, oh, der eine hat mir mal das Leben gerettet Dass ich das nochmal erlebe, hier bei COD Schnell, Mark kommen wieder rein Ach du Scheiße, so Da, Marke, Marke, ich schwöre es dir, diese Ey, manche haben wirklich, steht in ihrem Lebenslauf drin, Job Markensammler, Alter Ohne Witz, die sammeln die ganze Zeit diese Marken hier ein, ohne einzutöten und klauen mir die, ey Hier, ja, von hinten, Alter Egal, wir haben eine Drohne immerhin, Leute, 5 zu 2 Okay, ich will mal versuchen, mal wieder 20 Plus-Kills rauszuhauen, Leute Oh, guck mal, das ist ein Schwert, Alter Wo sind wir denn, bei Prince of Persia, oder was? Hat der ja immer so ein Schwert dabei? Ich denke mal, da oben steht ein Gegner, aber da steht niemand dort Komm, Leute, wir machen das hier, wir machen das Okay, das wäre gut, wenn wir jetzt hier reinfliegen würden Aber das schaffe ich natürlich nicht Komm, 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 komm Komm, wir müssen hier mal ein bisschen überrennen, Leute Überrennen Wo? Ich sehe keinen Natürlich! Was ist das für eine Dreckswaffe? 5-3 Oh, Leute, Mann, ey Das wird heute echt nichts, ey Ich will endlich mal wieder ein Let's Play haben Wo wir einfach mal richtig abgehen Guck mal, der klaut mir wieder mit seinem scheiß Schwert hier Meine Marke, ey Verpiss dich doch mal, du scheiß Markensammler Nix anderes zu tun, außer Marken zu klauen, oder was? Natürlich, da sind auch wieder zwei Stück Komm, er ist im Headclitch Nein, Alter, keine Munition Hier, schon im Headclitch und trotzdem werde ich gebumst, ey Mann, ey Boah, bei jedem Let's Play rege ich mich mittlerweile auf Bei jedem verdammten COD-Let's Play Immer passiert irgendwas Da liegt meine eigene Marke, Alter Hier, die hole ich, die kriegt der nicht, ihr Pisser So, da Hab ich Wehe, du klaust mir die Verpiss dich! Verpiss dich doch, ey Scheiß Markenklauer Diese Leute werden mir auf den Sack gehen, ey Wirklich, Hauptberuf Markensammler Ohne Witz Ey, das ist ja wohl echt lächerlich Ich meine, dieser Modus, deshalb spiele ich den auch so selten Wenn man sich ja nur aufregt Die mit ihren Scheiß Marken hier immer jedes Mal Wo sind die denn? Ja, natürlich, da kommt auch so ein Cerberus Natürlich Cerberus Beste, wo gibt Cerberus Hier, in dein Arschloch rein Guck mal, jetzt, die wird mir wieder geklaut Jetzt, vor der Nase Ah, jetzt hat dieser Cerberus, Alter Der ist echt schlimm Deshalb müssen wir mal versuchen, hier von der Außenseite zu kommen Um die Gegner zu flankieren Flankieren, Alter Was für ein Fachvokabular vom Öni hier Ich könnte gerade Deutschlehrer werden Hier, deine scheiß Stacheln kannst du sonst wo hinstecken Und du dein Schwert auch Ohne, das ist der Cerberus, ey Da lagen zwei Marken Wirklich 12-6 Egal, dann kriegen wir immer einen 10-Kill-Plus Im Plus, ey Ich schwöre, ich kann nicht mal mehr reden Wenn mich das hier so aufregt Der scheiß Cerberus, der Lehmann Mag kaputt machen hier Sollen wir gleich mal die Wespa nehmen, Leute Die feiert hier auch die Waffe Wo? Ohne, da Guck mal, da wieder der Cerberus Ich springe jetzt einfach vorbei an dem So schnell kann er mich nämlich nicht töten Dann kannst du mir bitte sagen Wo die Gegner alle sind, ey Wo sind die denn? Treiben die sich wo? Wo? Hier im Klo, oder was? Hallo Ja, natürlich Hier kommt noch eine Granate Hier, so schnell reagierst du nicht, ne So lahme Ente Da hinten ist auch noch einer hier Können die mir alle meinen Sack lecken, ey Wie lange lebt denn noch der Scheiß da? Baller die Kacke mal ab Verpiss dich, Cerberus Okay, ich hab nichts gesagt Da kommt er, da kommt er Wo ist er denn? Da kommt er Ich will meine Marke da hinten Ach Egal, ich balle einfach auf den drauf Oh jo, der schießt jetzt gleich auf mich drauf Egal, ich werde den Cerberus jetzt von der anderen Seite angreifen Ey, der soll ich mal wirklich Nein, okay, okay Der hat mich gerade gebumst mit seiner verdammten Pumpgun, ey Für die Map ist eigentlich eine Pumpgun nicht schlecht, Freunde Weil man hat hier viele Nahe Distanzkämpfe Guck, Nahe Distanzkämpfe Da rede ich gerade davon und werde davon gebumst Okay, jetzt nehmen wir mal die Weevil, Alter Weevil Rock you, Alter So, komm Weevil Rock you Voll der geile Name eigentlich für die Waffe Ist mir gerade spontan eingefallen Verpiss dich doch mal, ey Ey, guck mal Der klaut mir meinen Kill Und die Marke mit seinem Schwert Prince of Persia, ey Natürlich, hier blinkt wieder irgendwas Was blinkt denn? Hier hab ich Wo, wo, wo? Der geliebt ja immer noch Der Cerberus, ey Das ganze Spiel über Ist diese scheiß Maschine hier Ah, Leute, 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 Leute Das darf doch wohl alles nicht wahr Natürlich Ihr chillen die Gönnt euch doch noch einen Kaffee Baut euch eine Shisha auf In diesem Scheiß Raum Mann Ey, wenn die jetzt wieder hier noch chillen, ne Die chillen hier immer noch Mann, ey Boah Okay, okay Jetzt M8R7 Konzentration 1511 Das wird noch alles gedreht, Leute Das wird noch gedreht Das wird noch gedreht, ja Okay, okay Weevil, Weevil Weevil, Wespa Wespa, Wespa Ey, das kann nicht wahr sein So schön angefangen, ey Dieser scheiß hobbylosen Markensammler hier Oh Gott Wenn der Cerberus immer noch hier ist, ne Dann ist echt vorbei Kannst du mir mal sagen, wo die sind? Wo? Machen wir Platz Guck, alle hier Oh Gott Jetzt musst du wieder nachladen, ja Hier, Alter So, jetzt chillen wir mal kurz hier Und machen eine kleine Verschnaufspause Jetzt geht's weiter Oh, die kommen natürlich alle auf einmal Ich hab jetzt natürlich wieder diesen scheiß Pfeil und Bogen hier Der Drittschirm ist leider erst Level 22 Hat man nur die Scheiße hier Ich komm damit überhaupt nicht zurecht Mit diesen Pfeil und Bogen, ey Komm ich mir vor bei Far Cry hier Mit Pfeil und Bogen Guck mal jetzt hier Das ist so eine Kacke, diese Pfeil und Bogen Boah, ist das geil Boah Junge, der Öni ist am Rasieren mit Pfeil und Bogen Aber die sterben alle nicht Scheiße Oh, ich hab gedacht Jetzt kill ich da zwei Stück Und krieg einfach gar keinen, ey Das ist doch wohl ein schlechter Schert 17, 14 In euren Anus, Alter Das ist nicht wahr, Mann Ich glaub es nicht Ich glaub es einfach nicht Mann, ey Couch Beach Ellie Scheiß Granate hier Ey Heute wieder Rage Ops Rage Ops Kein Black Ops Kein Black Cox Rage Ops, Alter Ganz einfach Komm mir da vor der Nase So eine Scheiß Granate Am besten hätte er mich jetzt an der Pumpgun gekillt Dann wär echt vorbei So Ich stürm aber auch zu viel Und lade zu wenig nach Weil ich grad wieder so aggressiv drauf bin, ey Ich bin grad so kurz vorm Ausrasten Hier, ohne Witz Den Scheiß Modus spiel ich nie wieder, Alter Die Leute, die nur warten auf eine Scheiß Marke Hier Hier, warte, hol ich mich auch noch da Hier, hab ich dich Komm, diese beiden Marken gehören jetzt mir Verpiss dich Meine Marke So Da kommen die Nächsten Oh, natürlich Mit Pumpgun in die Fresse, ey Alle Leute mit der Pumpgun, Alter Denken die auch hier Sacklecken, Alter 20, 17 Scheißrunde Leute, Mann Egal Wie jedes Mal Bei jedem Let's Play Sag ich Nächstes Mal wird's besser Nächstes Mal wird's ein Scheiß besser, ey Immer noch so scheiß Schwule Lobbys hier Aber egal, Freunde Ich zeig euch mal Jedes Spiel von mir Mir ist scheißegal Irgendwann wird wieder eine geile Runde kommen Und irgendwann kommt ein Nuklear Dann noch eine Triple Und dann ist alles gegessen, ey Aber das dauert noch ein paar Jahre Ey, Leute, Mann Ich muss mich erst mal ein bisschen beruhigen, ey Ich muss mal runterkommen hier, ey Alles klar, Freunde Wenn euch dieses Let's Play trotzdem gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ey Richtige Rage Ops heute wieder 20, 17 Egal Aber dieses Motto muss nicht loswerden Hauptsache im Plus Scheißdreck Hauptsache im Plus Wir machen mal wieder 20 Plus Skills haben Aber wir hatten uns wieder echt viel Pech Granate vor die Füße Markensammler Pfandflaschensammler Was weiß ich Alles war ja in diesem Spiel mit dabei heute Egal, Freunde Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Euer Unius raus Ich wünsche euch allen einen schönen Abend Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video Heute kam noch Far Cry Primal Auf dem Kanal online Checkt die Folge aus Ganz oben in der Videobeschreibung Und ja, danke nochmal an Dipschirm und Channel Dass ich mit dem Account zocken konnte Macht's gut, Leute Seid die Besten Auch rein und ciao